Mein Name ist Eshref Arman. 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 Er kann, was er nicht können sollte. Es ist schwer zu glauben, aber Eshref kann es. Eshref Arman. Eshref Arman. Dass sie perspektivisch sind. Dass diese eine ganz besondere Eigenschaft ist, was Erschrift hat und was andere Menschen nicht haben. Man sagt, es sei ihm ähnlich, aber ich kann das nicht beurteilen. Von so jemandem aus dem Weißen Haus erhält nicht jeder einen Brief. Das freut mich natürlich schon. Ich habe keine Augen, aber ich habe meine Finger. Andere sehen mir zwei. Ich mit zehn Augen. Ich habe keine Augen, aber ich kann das nicht beurteilen. Ich habe keine Augen, aber ich kann das nicht beurteilen. Ich habe keine Augen, aber ich kann das nicht beurteilen. Ich habe keine Augen, aber ich kann das nicht beurteilen. Ich habe keine Augen, aber ich kann das nicht beurteilen.